Ja hallo, hier ist wieder Klaus von der älteren Generation. Das sind meine zwei Profile hier beim Euro-Track Simulator. Mein Startpad hier. Ich frage also mit Klaus, der steht für das Aufgängerische. Der hat auch einen Haufen Schulden schon, der hat er hoffentlich aber nur noch sieben. Ich habe gestern wieder gut abgearbeitet. Und dann habe ich da oben ein werbliches Profil, Peter. Die arbeitet sehr vorsichtig und vorausschauend und ist finanziell fast berechnen, könnte man sagen. Also diese zwei Profile habe ich und heute fahre ich mal mit dem Klaus, fange ich mal wieder an. Und bei den Waffelchen habe ich ja schon gut gearbeitet bisher. Da bin ich schon bei 7000. Und der hat jetzt die wieviel, die gesamte Stunde, 16 Stunden, ähm, wieviel Aufträge habe ich denn? In der 16 Spielzeit hast du für alle Profile oder nur für das? Darf ich das Profil 6 Tage, 9 Stunden nicht vermuten? Also bei den Profilen, ähm, wächst sich also das ab und, ähm, ja, ich verbinde ich jetzt mal mit dem Klaus hier unten und, äh, weil der hatte eine schöne rote Mütze, eine rote Pullover, deswegen habe ich den. Und der hatte 2100 Mütze immer noch, der konnte ich heute mit einer Tour den Dienst durchbringen. Das möchte ich machen, gewinnt den überhaupt, ich weiß gar nicht, ähm, wo man jetzt entstanden ist. Ähm, Frankfurt oder weiß ich nicht genau. Ähm, ich möchte mal Auftragsvergabe machen. Schnelle Aufträge. Und ja, wo bin ich jetzt? Frankfurt bin ich wieder, immer noch in Frankfurt zu wieder. Oder Stuttgart. München, Nürnberg, Stuttgart, Frankfurt. Also, wo können wir denn hinfahren? Wo können wir denn hinfahren? Wo können wir nach Stuttgart fahren? Wir können von Stuttgart fahren? Wir können von Stuttgart fahren. Wir können von Nürnberg fahren. Wir können noch nicht von Mannheim fahren. Wir können von Stuttgart fahren, wo wir schon waren. Und wir waren noch nicht viel. Also Klaus ist noch nicht viel rumgekommen. Der war von dort an. Der war von dort an. Der war von dort an dort. Jetzt ist er in Stuttgart eigentlich Standort. Also, schnell aufstehen in Stuttgart. Mal schauen. Da sind wir. Und von Stuttgart kann er jetzt nach Zürich fahren. Oder Baumstimme. Oder Baumstimme nach Frankfurt am Main. Oder Sandwichpanee nach Straßburg. 2.9. Und dann Winterkraftturm. Geht es denn hier noch weiter? Gut, wir haben da noch den Pfeil. Ach, da haben wir noch welche. Da geht es noch weiter. Gut, also. Der Preis geht dann immer weiter runter. Eisenrohre nach Mannheim. Stuttgart. Mannheim, Stuttgart. Baumringen. Da gibt es wenig Geld. Warum gibt es für die einen mehr Geld als für die anderen? Das ist eine Auslandstour, ist klar. Die geht nach Zürich. Die bringt das meiste Geld ein. Aber das Video. Das ist eine Auslandstour. Das geht nach Mannheim. Nach Mannheim möchte ich da. Könnte ich vielleicht von hier. Es weiß nicht so weit. Windkraftwerksturm und schweres in das Ding 19 Tonnen, den vielleicht in Mannheim bringen, das ist ja nicht so weit und dann hätte ich ja wieder eine kleine Stadt zur Auswahl. Dann schauen wir mal von Mannheim aus, wo es weiter geht. Okay, nehmen wir mal Mannheim, auch drei annehmen bitte. Und jetzt sind wir also, fahren wir nach von Stuttgart nach Mannheim, da sind wir. Da fangen wir so raus, was fängt mit an zu regnen. Wie sieht denn mein Turm hier aus? 19 Tonnen. Ich weiß gar nicht, kann man was sehen? Viel hier. Nicht viel. Ich muss das mal anmachen hier. Und da fahre ich also. Und dann brauchen wir mal F4. Da müssen wir mal was anmachen. Und den auch anmachen. Und die beiden möchte ich auch anmachen, dass wir ein bisschen Beleuchtung haben. Okay. Haben wir. Spiegelstellung. Die haben wir. Sitzeinstellung brauchen wir nicht. Und weiter. Okay. Wie sieht das denn jetzt aus mit der anderen Sichtweise? Was habe ich da drin irgendwie? Wie lange ist die Sache überhaupt hier? Wie lange ist die Sache überhaupt hier? Wie lange ist das? Aber der hat das da drin in der Zielsetzung. Das wäre so. Wie lange sind das, dass ich da hinten. Ich bin da hin. Aber man sieht das. Wie lange ist das. Und dann fangen wir hier auf eins. Dann müssen wir da raus. Und dann probieren wir den Kopf mal weg. machen. Die Kopfkamera. So. Und jetzt möchte ich mich mal so in Richtung Ausgang orientieren und dann rechts runter. Eingeschaltet haben. Ich möchte mal heute lernen langsam zu fahren. Was sind das da für komische Pöller? Betonpöller. Wozu sind die denn da? Ich muss da rechts rum und dann baut der mir hier so einen Betonpöller da raus. Damit ich da richtig rüberkomme. Also mal langsam fahren. So im Schreckentempo. Und ja. Und dann möchte ich mal weiter in die Straße reinfahren. Ganz langsam. Und wie sieht das aus hier? Und dann fahren wir erstmal hier rüber. So. Das sind da im Schweren Apparat aus. Das sieht da im Schweren Apparat aus. Und dann müssen wir erstmal geradeaus fahren. Wie sieht das aus hier? Grüner wird das nicht. Also muss man gleich da hinten. Habe ich Fernlicht an? Ne. Es sah gerne so aus, als wenn ich Fernlicht an hätte. Also 50 fahren wir mal ganz vorsichtig. Okay. Ich sagte ja, ich würde mal versuchen, mit wenig Gas hier zu fahren. Also langsam zu fahren. So 35, 50. 30 kann ich immer gut fahren. Aber manchmal habe ich sogar kein Gefühl dafür Fuß langzufahren. Dann möchte ich nur so ein Stück ansetzen. Da fahre ich immer so hochgradig. Also 30. Mit dem schweren Anhänger hier. Muscheln jetzt hier in Stuttgart haben wir ja. Okay. Die zweite. Also Nacht im Dunkeln. Im Regen. Nicht so meine liebsten Beschäftigung, aber jetzt muss ich hier hoch. Ich hoffe, dass jetzt das Profi Klaus, mit dem ich ja momentan gefahre, jetzt vielleicht schon was gelernt hat. Und äh, wo muss ich überhaupt hier in der Mannheim, ne? Jetzt fangen wir schon wieder 74. Wo geht's in der Mannheim? Da geht's in der Mannheim. Also mal rüber. Also wie gesagt, ich wollte mal versuchen langsam zu fahren. Und dann ähm, ja rechts habe ich gerade wieder eingeschuckt. Ich habe so getan, wenn ich links rüber wollte. Und dann hat er gebramst wie verrückt. Habe ich jetzt die drei Spuren oder? Mannheim geht gerade aus weiter, ja. Und dann würde ich heute gerne versuchen, vielleicht in Mannheim zu, zu angieren. Wenn das dann einigermaßen hell ist. Wenn ich da ankomme. Muss ich jetzt hier links fahren oder? 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 Ich werde noch langsamer wie ich. Das war gefahren gut, glaube ich. Das war gefahren gut, glaube ich. Ja, 66 brauche ich schon nicht zu fahren. So langsam auch nicht. Also ein bisschen schneller geht es schon. Das ist auch erlaubt. Ja, also vorher bin ich immer Bleifuß gefahren und jetzt möchte ich mal sehen, dass ich da so ein bisschen verriege mit der Geschwindigkeit. die Pedal-Stellung hier raus finde. Ja, also das Spiel macht immer noch Spaß. Gestern habe ich also erstmal probiert, wie das dann mit dem Mann geht. Stufe 1. Jetzt. Und dann möchte ich heute nochmal sehen, was bei Stufe 2 kommt. Wie das funktioniert. Ob ich das abbrechen kann oder wie. Gefahrlos für ein eigenes Guthaben. Wieder ein Tunnel. Ich habe Befahnen von Stuttgart. Mein Name ist klar. Wieso habe ich eigentlich gestauert Regen? Das regnet andauernd bei mir. Besonders nachts. Wenn man sowieso schon wenig sehen kann, dann regnet das auch noch. Das ist langsam heller, oder? Komm ich denn im hellen an oder? Wie weit habe ich überhaupt noch? 28 Kilometer. Schwuppdi, fahre ich wieder. Mit der Mitte da hier drauf. Da will ich nur mal was nachschauen und schon habe ich die Spur nicht mehr gehalten. Also sie dauernd sich ändern. Die Gruven. Und obwohl ich nicht schnell fahre. Aber wenn ich schnell fahre, dann... Ja, macht euch sehr Spaß. Fahren im Regen. Also ich finde das nicht so toll, aber muss man halt durch, ne? Wir sind ja von den Harten. Heute fahren wir ja als Klaus. Klaus macht das nicht aus. Okay. 28 bin ich schon wieder. Nein, danke. Langsamer. Jetzt geht es gleich runter. Ich muss mal hier langsam fahren. Da geht es nach Mannheim. Ja, Mannheim Stuttgart. Von Stuttgart komme ich doch gerade. Wo muss ich denn da jetzt gelangen? Erstmal geradeaus fahren. Dann muss ich abbiegen. Immer noch nicht. Nein. Jetzt nicht. Weiter geradeaus. Das sind diese türkischen Abfahrten hier so. Wo du dann jetzt ganz am Schluss siehst. Da hinten geht es irgendwann runter. Ja. Ja. Ich muss hier runter. Ich bin schon mal aus, nehme ich schon mal ein. Mannheim. Ja. Jetzt bin ich gleich da. Langsam, langsam. Ich hätte doch gesagt, ich wollen möchte, dass ich hier mit der Geschwindigkeit ein bisschen mehr regulieren. Jetzt bin ich bei 21 hier. Jetzt müssen wir eigentlich schon bei Mannheim sein. Ich habe also hier so einen komischen Behälter. Okay. 40 war gut. 40 ist eine gute Geschwindigkeit für Abfahrt. Meine Standardgeschwindigkeit eigentlich beim Abfahrten. Und jetzt geht es wohin? Ist die rechts fahren oder Spur halt auf die rechte Seite mal fahren oder wie? Ist ja frei im Moment. Gut. 70 können wir. Man muss aber auch alle Informationen hier richtig verarbeiten. In Blitzes Geschwindigkeit. Und dabei noch auf die Verbannung. Ja, wir sind die Mannheim. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Und wo geht das jetzt hin? Ich muss mal wieder umschalten hier. F5 ist das. Ja. Der F5 ist das. Und da kann ich das besser sehen. Es ist hell. Ja. Es wird hell. Über den Ausmalen hier. Einen ausmachen möchte ich lieber. So. Einen ausmachen möchte ich lieber. Könnte sein. Muss ich da rüber? Ja. Komm mal rüber. Aber. Ich muss jetzt ein Stück weitersetzen. Es war so am besten, dass ich da die im Blickfeld habe. So. Um das Fenster zu verschieben. Muss ich jetzt mal die eine Hand wegnehmen. Und dann die Maus. Die Maus. So jetzt ein bisschen grün. Jetzt kommen wir jetzt hier rein. So. Wo müssen wir jetzt hin? Noch ein Stück geradeaus fallen. Noch ein Stück geradeaus fallen. Stopp. Und jetzt ziehe gerade immer noch weiter geradeaus. Immer noch weiter geradeaus. Zum Appellateplatz. Weiter geht es ja. Okay. Jetzt geben wir mal nicht so viel Gas hier. Mit die Hälfte. Und schleicht uns mal hier voran. Mit 15 Stundenkilometer. Ja 30 können vielleicht auch sein. 15 sind vielleicht zu wenig. Sind wir bei 25. Ja. Ja. Eine Brücke. Ich muss ja langsam fahren, damit ich schauen, dass Navigo besser sehen kann, wann ich dann nach links und rechts muss. Da war was. Hab ich da jetzt ne. Stopp. Stopp langsam. Da muss ich rechts rum. Euro Goodies. Nee da war ich schon ein paar Mal. Euro Goodies. Bei Euro Goodies. Ich bräuchte jetzt so eine Retata, um dann die Motorbremse zu aktivieren. Wenn wir hier rumfahren. Und jetzt stopp langsam fahren. Gleich wieder rechts. Gleich wieder rechts. Gleich wieder rechts. Hier schön oder? Oder noch weiter. Hier geht es nicht rechts oder? Hier geht es nicht rechts oder? Hier ist schon abbleiben. Bitte Platz. Nein. Wir müssen noch weiter. Da vorne müssen wir rechts fahren. Hier müssen wir rein. Dann streichen wir mal hier rein. So. Dann stopp haben wir den gleich hier links. Ja. Ich glaube wir haben gleich links hier. Und dann müssen wir da rein. Dann müssen wir da rein. Habe ich den geblickt jetzt. Kommt da noch einer. Noch einer. Dann fangen wir den hier rein. Ja. Nur ein bisschen Gas geben. Nicht zu viel. Ja mach doch. Fahr doch. Oder was ist los? Stopp. Ja das sind Warte. Ok. Jetzt möchte ich mal. Wo willst du die Ladung stehen haben? Also da muss ich rückwärts einpacken. Und da vorwärts. Ähm. Mit dem Ding da. Möchte ich eigentlich erst mal. Vorwärts einpacken. Das gibt 15 Punkte. Und für rückwärts gibt es 40 Punkte. Da muss ich halt irgendwo rückwärts rein. Das ist mit dem Geld schlecht. Sag ich mal. Wollen wir erst mal den. Bestätigen. Fahre zum Verladebereich. Da muss ich halt hin. Ok. Machen wir das. Ok. Fahren wir da hin. Fahren wir da hin. Und dann fahren wir da hin. Es war ganz langsam. Und ähm. So. Ich hoffe mal langsam. Habe ich den jetzt komplett darauf. Und jetzt ein Stück weiter fahren. Hier. Schleichen. Noch weiter. Der kommt. Der kommt gut. 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 Jetzt haben wir einen Graus. Super. Super. Der steht ja ganz erst klassisch. Wer ist nicht die. Ich weiß nicht die Kamera. Und spät. Also 150 Punkte. 150 Kilometer. 300 Kilometer. 150 Punkte. 130 Punkte für Fahre zum Verlade. Und dann haben wir es. Neue Aufrunde. Balteesehrends. Balteesehrend. die Sachen, was weiß ich, endlich bin ich im Plus, Hurra. Ich hatte das wieder 12.000 Miese, weil ich den Aufschlag abgebrochen habe, nach Totalschaden. Und da habe ich mich hier mit dem Gerät hier auf der Autobahn, ja da lag der LKW flach. Ich wusste noch nicht, wie ich da die Hilfe tun kann. Also, da habe ich einfach den Aufschlag abgebrochen, und das hat den Schöpfe und den Schöpfe aufgehen. Okay. Also, auf das Englisch-Garden. Ja, machen wir die Fusenbete zu bei Mannheim also. Und welche möglicher Dame von Mannheim. Na, Metz, Metz, Metz. Nicht. Metz, Metz, Metz. Was habe ich verdient? Diese Umgebung habe ich jetzt verdient, dass ich auch nach Metz fahren soll. Ja, Mannheim, das ist super. Also, gibt es nur die Auswahl, Metz mit dem Schöpfe und dem Schöpfe und dem Schöpfe. Ja, denn da oben sind 18 Tonnen. Da hat du mir eine Wunder gemacht. Ja. Je öfter wir das machen, desto mehr Übungen kommen wir da hin. Da geht es also raus, wollen wir erstmal das Licht einschalten, ist es schon wieder dunkel? Können wir nicht wahr sein? Der Tank ist voll. Fahrt an fort, der hat die Notizia 45, 10 Uhr soll schon da sein, 10 Uhr 7 und wir haben jetzt 5,41 oder wie? Also da geht es links raus. Wie sieht das Gerät aus hier? Lang oder nicht lang? Doch lang, relativ lang. Okay, also mal eins weiter und dann fahren wir mal links raus. Dann fahren wir mal links raus. Wie sieht das aus hier? Moment, langsam. Lassen die wir jetzt hier durch oder? So, nach links ja. Und jetzt nach rechts fahren. Langsam fahren, langsam. Wenn ich langsam fahre, kann ich das hier besser kontrollieren, auch mit einer Hand. Jetzt haben wir 30, haben wir hier Hühnergrill, also auf Nermetz, die Unfallstelle. Da kommt die Polizei nicht beim Unfall. Da habe ich stauernd Unfälle gehabt bisher. Heute auch wieder, weiß ich nicht. Aber das ist die Unfallstelle hier. Okay, weiter. Ich versuche wieder langsam zu fahren. Indem ich das Pedale nicht voll durchdrücke, so wie ich es normalerweise mache. Sondern, ich versuche hier sowas wie einen Dorfpunkt zu finden. Aber, hier findet sich kein Dorfpunkt. Jetzt nehme ich Gas wieder weg. Ja, ich sag mal, bei der Geschwindigkeit kann man natürlich auch entspannt fahren. Da kann man alles gut kontrollieren. Und dann verlassen wir ja. Und wo geht es denn hin? Also ich brauche 247 Kilometer habe ich noch. Also 30 ist so ein Tempo, mit dem ich das hier kontrollieren kann. Da habe ich auch mal Zeit hier was durchzulesen. Und da geht die schon gleich um eine Landstraße. Da darf ich sowieso nur 60 fahren. Also von daher muss ich jetzt hier gleich rechts runter. Dann fahren wir mal so ein bisschen weiter. Dann fahren wir mal so ein bisschen weiter. Wie ist es ausgenommen? Und äh, wie sieht das hier aus? Stopp. Und dahinter, ne? Okay, dann fahren wir mal jetzt hier so rum. Da haben wir schon wieder Polizei. Unfall oder? So was? Mit Richtung Metz begleite ich mich immer. 52 Armees. Und gehe 52 weiter. Und dann will man zu fragen, was kann ich tun, um in Frankreich mit diesen engen Straßenverhältnissen besser zurecht zu kommen. Vielleicht langsamer fahren, so wie nur 30, 40, 50 fahren. So wie hier. Dass ich das besser kontrollieren kann. Weil meistens fahre ich zu schnell hier. Aber wie gesagt, den Druckpunkt habe ich hier noch nicht raus. 46. Ich drücke im Moment das Pedal nicht durch. Und ähm, jetzt fahre ich sogar angenehm bequem hier. Genau, die Spiegel beobachten. 48, 50. Ich nutze die Höchstgeschwindigkeit noch nicht mal aus. Okay, könnte man natürlich ein bisschen mehr Geist geben. Aber wir gehen gleich wieder zurück. Und ähm, ich kann sehen, wie er ganz wegnehmen. Und bitte bin ich dran, hier runter. Und wir haben das Eisig. Wie wirkt sich diese Geweige, diese Fahrgeschwindigkeit jetzt hier? Ja, habe ich gerade noch gesehen, dass ich hier ein muss, das habe ich gerade noch gesehen, so ist ein Wegweg hier, der kommt der Punkt, der Punkt kommt hier, der kommt der Punkt um die Ecke und fett in mich rein. Da war ich zu sehr in der Mitte, könnte auch sein. Ich wollte hier selber abbiegen und dann bin ich hier auch ab und fett dann genau in meinen Wendekreis rein oder wie. Ich hätte weiter ausholen müssen. Wo sind wir 47? Sind wir ja gute Geschwindigkeit. Kommen wir halt den bei. Bei 47 kann ich immer in die Tätas greifen. Wieso habe ich denn jetzt hier so zwei Anzeigen? Ein Navi und ein kleines Navi und ein großes Navi. Was haben wir jetzt hier? Baustelle. Ah, bin ich ja schon richtig. Ich schleiche sowieso schon mal. Und ähm. Und ähm. Also nach Metz. Und dann ähm. Können wir mal was für das Profil tun. Für das zweite Profil hier. Für das Profil Klaus. Ob ich mich mal in Metz versuche an so einer rückwärts einfahren, so eine rückwärts einparken. Kommt drauf an. Ob ich dann nicht schon total gorgi bin. Wo nachrichten sich die Erfahrungspunkte? Landstraße hat mehr Erfahrungspunkte. Weil die Straße hier sich dauernd ändert oder in Kurven ist zu fahren auf der Landstraße anspruchsvoller als auf der Autobahn. Ich würde sagen ja. In dem Stadtverkehr. Wenn wir wieder an der Baustelle hier gehen, bin ich wieder zu schnell. Navigation 54. Ja. Und der Auslandsturm ist auch schwerer als der Inlandsturm. Weil man da. Das heißt also Frankreich gibt vielleicht generell schon mal mehr Erfahrungspunkte als jetzt hier Mannheim Stuttgart. Da habe ich ja nur 275 bekommen. Und jetzt äh. Bin ich viel zu schnell hier wieder. 60. Darf ich ja nur fahren. Ich gebe ja kein Gas und der fährt hier weiter. Ich habe auch kein Tempomat eingeschaltet. Ja. Okay. 34. Langsam wird es zu langsam. Da muss man mal ein bisschen Gas geben. Geht wieder runter. Oder. Also Landstraße. Das wechselt durch Kurvenreich. Viel Kurvenreicher. Und ähm. Da muss man ja auch aufpassen, wie lang das geht. Dass man da noch hängen bleibt. Oder wie ich gerade so einen Wendekreis macht und dann mit dem anderen zusammenstößt. nicht damit rechnet, dass da auch so einer auch ein Lkw kommt, der dann abbiegen will. Genau in meine Richtung. Da muss man auch vielleicht denken. Das einschleifen. Also größeren Bogen machen auch beim Abbiegen. Vielleicht generell größeren Bogen machen. Ich mache manchmal zu enge Bogen. Vor allen Dingen, wenn man da so lange, ein langes Gefährt in der Hand hat. Jetzt haben wir jetzt da Parken, Denken, Denken brauchen wir noch nicht. Haben wir noch genug. Haben wir noch. Ja, also zusammen bei so einer Geschwindigkeit kann ich mich auch so ein bisschen mehr entspannen. Und ähm. Ich entspanne mich nur dann nicht, wenn ich zu schnell bin. Und dann quasi dauernd die Kurve sich ändert. Dann vielleicht noch. Dann vielleicht noch Regen. Ja. Die Kurve reicht hier. Kurvenreich hoch und runter. So eine schöne Tour, wo man das langsam fährt. Jetzt sind wir glaube ich schon in Frankreich. Hier hören der Zebra Streifen. Der hier hört die weiße Markierung auf. Die Franzosen machen das wahrscheinlich nicht. Und die Deutschen haben dann genau bis dahin machen die Markierung dann nicht weiter. Wieso geht das hier so schnell? Wenn dein Fall reicht, das heißt dann nicht, dass man da reisen darf. 46 sind vor. Verleitet die Straße eher zum Schnellfahren oder wenn da keine Markierung drüber ist. Ich muss gleich nach rechts fahren. Oder gleich geht es da um rechts herum. Ja. Also mal wieder Metz. Wenn du denkst, die Stadt Metz verliert sie vielleicht auch dadurch den Horror. Dass ich jetzt hier mehrmals hinfalle und das dann auch gut kenne. Ja. Die Duscheik hätte ich gar nicht abbremsen brauchen. Ich wollte nur ein bisschen abbremsen. Aber mich kann nicht jeder reinrollen lassen. Mach ich gerne. 17 Kilometer, 10 Kilometer. Noch ein weiter, noch ein weiter, noch ein weiter. 9 Kilometer, noch ein weiter. Ja. Ja. Noch ein bisschen pusten. Noch ein, noch ein, noch ein, noch ein. Und komm. Und. Will nicht. Will nicht. Jetzt der Mann. Okay. Habe ich ausrollen lassen, aber hat nicht so geklappt. Ich hätte mir das gedacht hätte. Was hat die Zeit? Brauche ich noch einen Job. Wo stehe ich jetzt hier oben? Ich glaube ja. Ja, bei dir hier oben bin ich ja noch nie gefahren. Was soll das hier? Wie eine andere Tour? So. Ach, die Strecke hätten wir schon mal. So eine abrupte Änderung hier. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich war jetzt froh, dass ich da auskam. Ich dachte es geht jetzt gerade aus weiter. Wie sollen sie auch und dann machte ich auf einmal Knick. Okay. Also. Langsam. 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 So können wir doch bequem und, äh, unterhaltsam fahren. Das heißt nicht, dass wir hier mit 30 lang schleichen dürfen. Das sind wir ja ein Verkehrsinternis. Das heißt, der 70 ist die Höchstgeschwindigkeit. Das ist nicht die Mindestgeschwindigkeit. Das haben wir jetzt hier wieder. Hier da rein. Wo muss ich da rein? Da fangen wir mal rein. Na komm, jetzt habt ihr hier gut. Jetzt habe ich das gehabt. Habe ich den ausschrauen lassen und dann rollte der bis zur Zahlstelle. Habe ich das tun damit auch immer wieder anders oder? Ich dachte, das werden wir jetzt selber tun. Ich fahre mit 47. Das ist eine gute Geschwindigkeit. In einem fremden Verkehrsgebiet, wo man sich nicht auskennt. Die richtige Vorgehensweise. Ja, ich fahre immer zu schnell und dann, was natürlich auch daran liegt, dass ich hier mit dem Gärtner nicht richtig jung gehen kann. Und damit gebe ich hier mit dem Bleifuß. Also A4 Rams. Also vielleicht dann, wenn ich auch mal fange recht zu lieben. Wo geht es da hin? Na nicht nach Hams, nach Luxemburg, nach Metz. Also rechts Metz. Ab 31, 31. Das heißt ich. Das heißt ich muss jetzt hier runter. Jetzt schon oder? Müssen wir aufpassen. Ja. Ich muss jetzt schon runter. Mal Metz, ja. Ja. Und da geht es nach Luxemburg. Und jetzt geht es gerade raus. Und von und dahin, ja. Das ging doch jetzt gut. Also dass man quasi, nur ganz langsam fährt. Also muss ich jetzt hier rein, ja. Und de. Ja. Ja. Aber, aber. Machen wir noch ein bisschen, ja ein bisschen gleich oben. Ich rede jetzt schon über den Tag hier. Das sieht jetzt mal gerade aus. Salzburg, da gibt es eine Metz. Ich muss hier auf die linke Seite. Dann gucken wir uns zu spät, dass ich gleich schauen soll, ob da einer kommt. Ja, also die Corona, die sind hier neulich drin. Das muss ich mir erst mal gemüsam einschreifen. Wie geht es denn am Metz? Ja, jetzt sind die Augen gegen die Sonne, am Metz. Wie muss ich jetzt hier rechts oder links zweimal am Metz? Ja, ja. Wie geht es denn am Metz? Ja, ja. Das war nur so. Entschuldigung. Was tut deinem Lager, abh. Ja, ich mache das. Das war alles. Ja, ich mache das. Ja, ich mache das. Ja, ich mache das. Dieируhte es. Ich mache es zum nächsten Mal. Der langen, ja, da hatte ich so eine, sagen wir jetzt 50. Ja, mach feiern. Spät, dann lieber, wollte ich dir mal vorlassen, hier den, den Grußstücken spielen, aber ich will nicht. Okay, wir sind gleich da, wir sind gleich da. Ja. Da leuchtet schon was auf. Ja, Mensch, ja. Sind wir jetzt da, fahren wir, 47 fahren wir. Das sollte auch so bleiben. Mhm. Der hat Droge geladen, noch weil. Aha. Der fährt aber zügig, nicht so wie ich. Der fährt zügig. Bin ich da jetzt hoch müssen, oder? Weiß ich nicht so genau. Ich glaube, ich habe jetzt hier das Ziel verfehlt. Wie war das? Wie war das? Jetzt habe ich mich verfallen, hier. Jetzt habe ich mich verfallen. Ich hätte da hoch müssen. Ich hätte da hoch müssen. Und, äh. Ich war auf der Ausfahrt aufgerechnet. Jetzt habe ich jetzt 190 Kilometer. Nee, brauchen wir nicht. Ich muss wechseln. Ich muss auf die. Ich muss hier runter. Ich war schon am Ziel und dann habe ich mich dann wieder verfahren. Wir sehen. Die Ausfahrt, die Ausfahrt verpasst. Ja, ich sage ja Metz. Metz, 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 Machmetz sehen. Metz, Machmetz sehen. Ah. Immer die Metz sehen von Metz. Ah. Da war ich schon vorsichtig. Und dann kann ich mich nicht so opieren. Und dann kann ich mich auch nicht. Weil das ist nicht vorgegangen. Da war ich schon mal bei den meisten Menschen. Damit habe ich schon aufh Flying Dos. Ich muss hier auf die Leerwischkübredig sein. Und dann bin ich nur noch. Woher ist das? Ich hatte mich schon mal gesehen. Bis zum Fallen. Ich bin. Und dann bin ich für die Leerwischkübredig. Ich habe mich. Schau, ich will hier mal was. Das ist ja auch so geil. Komm her, wir runter. Komm her, wir runter. So schön ist der Bett in der Runde, mein Hausbett. Mein Z70. Schau. 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 Wir sehen uns hier wieder, aber wir schauen uns da, die Innenten. Er ist eine Möglichkeit, die in die Innenten kommen. Vielen Dank. Müsst ihr weiter von Disparison me? Is he feeling okay? Ja, ich kann nicht irgendwie durch die Leitbank brechen und dann einfach so durchfahren gehen. Wenn man dann nicht mal so durchbrechen würde, dann geht man einfach mal. Dann bin ich auf der echten Spur aufgeschrieben, wo ich gerade kam, wo ich dann die Urfeind ich gesehen habe. Ich habe hier noch einen Schöpfchen, ich komme immer noch. Ja, ich habe hier noch einen Schöpfchen, ich komme immer noch mal rein. Das ist die Chemiestruktion der Schenten-Mörder-Lymphomia von Jutagu. Aber es hat die Geraden, aber es wurde es. Was haben wir? 50? Haben wir jetzt die Arme? Die dürfen doch bald sein. Ich bin jetzt durchgerauscht, durchgerauscht. Ich habe eine falsche Ausfahrt genommen. Dann muss ich jetzt erstmal wieder, sagen wir sieben bis Kilometer, genau. Habe ich mir die Abkürzung gespart da. Da ist natürlich nicht vorgesehen sowas. Es war verkehrswidriges Verhalten jetzt. Da kann man die Arme da pink oder ein bisschen pink sein. Aber das sind wirklich wirklich. Da kann man das mal machen. Aber okay, weil das natürlich nicht. So. War das jetzt ziemlich umwetzt? Oder wo ich gerade war? Ich versche mein Messer. Und da ist ja gerade wieder ganz anders. Das ist jetzt nicht mehr genug. Da kann ich gleich rechts fahren. Jetzt aufpassen. Jetzt nicht wieder die Ausfahrten passen. Jetzt lä 我們 ballot kein Michael aus dem Lجappen. Dann können wir euch gleich anschauen. Dann mache ich schon mal alle ja. Dann komm mal den Z килopsatz Madame stehen. Dann kommen wir frisch rein. Dann kommen wir jetzt lang rein. Ja, bin ich jetzt ruhig genug, um die Notwerte anzupalten, oder? Da bekomme ich dann ein paar Punkte mehr. Ich muss jetzt hier runter oder runter langsam? Langsam langsam. Ich muss jetzt hier ab, ja. Ja, genau, da sind wir hier so durchgeschirmt. Ich muss hier hoch und dann oben links wieder die Bruchhörbe. Ja, das hatten wir vorhin auch schon. Wir haben noch Eisverkehr, was haben wir hier? Ja, da sind wir hier. Das ist gut. 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 Ich bin hier viel zu weit. Ich wünsche uns hier. Gut, langsam langsam. Hier rein. Hier müssen wir auch wieder rein. Jetzt bin ich gleich da. Jetzt kommt hier auf der echten Seite. Mensch ist das hier eigentlich. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier schon vorgegangen, bevor ich da bin. Ich bin hier auf der echten Seite. Ich bin hier auf der echten Seite. Okay, ich bin hier noch. Und dann muss ich das. Man wenn Sie nicht mit das, die jetzt n Danny Center tie co lessonieren. Das ist ja immer wieder Trudel. Anyway, ich bin hier auch. Ich bin mir hier auch ein. So schnell wo alles zu sein. Und dann geht es um die Abenteuerung. Da sind wir schon, da sind ganz enge hier. Ok, dann haben wir die Angabe. Und was hat die jetzt hier? Wo es sich jetzt alle nun war, geht das, wo man nicht dazu versetzt. Dafür gibt es noch nicht die Punkte, wenn wir stehen da oben zu versetzt machen. Könnte ich mal versuchen. Ich versuche immer es einfach mal. Dann sehen wir es dann einfach. Wie sieht das jetzt nicht runter aus? Was habe ich jetzt hier denn hier gemacht? Bateride oder? Wieso habe ich die jetzt hier? Ich stehe hier auch, egal was du sagst. Also, jetzt versuchen wir mal. Ich stehe jetzt hier im Druck. Ich muss eben sehen. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Ich stehe hier. Und ich stehe hier. Das ist klar. Dafür gibt es auch nicht die Punkte. Ok, dann geht es. Dann geht es. Dann geht es. und da sind sie schon denn der rückwärter einfallen wir wieder vorwärts das sieht nicht so wie das da aus und wir können der rückwärter einfallen dann muss ich ziehen noch ein bisschen hin wir können den rückwärter einfallen stop stop noch weiter fein noch weiter fein mit dem die 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 Das ist schon frisch. Das ist meine Schirr-Eschung. Aber ich bitte 16. Das ist still 10-14. Das ist schon mal 10-14. Die Schirr-Eschung ist schon super. Das alles ist voll von 0.5. Die Schiene aus 5. 1 2 3 4 5 6 6 7 11 12 13 18 Stopp! Denzen! Oh! So! Ja, bitte! Stopp! 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 stop und es ist gut gut Das ist wahrscheinlich gut. Also weiter. Stopp. 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 Zerete, jetzt sind wir ja noch. Wieso fällt der Wald? Wieso fällt der Wald? Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Also im Vorwärtsleben schütt. Der ist gut und dann ist schon aber wie an 7, an 7, an 8, an 7. Da war das schon wieder. Da war das gut und geht es nur so schön. Ich denke, ich bin so aufgeregt. So ist es so vielleicht. Ich war immer mehr als Hacker. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Ich bin so aufgeregt. Das ist ein Video. Ich bin so in der Schule. Ich bin so in der Schule. Er hat sich schon gesagt. Danke für die Füße. Schlaf, ein bisschen an dem einen 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 Schmuck, den Schmuck 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 Das ist ein Robo. Voll spät, sagt er. Die Sichtpunkt ist abgetrunken. Ich durfte den gerne nicht einpacken, ich war aber schon in der richtigen Richtung. Aber der hat das einfach abgebrochen. Okay. Okay, gut haben. Das war schon mal besser als vorher. Also Klaus LKW hat jetzt ein paar Guter von 3800. Jetzt sind wir am Platz. Ura, Ura. Und dann können wir, dann können wir hier erst mal anhalten. Das ist Bänden. Habe ich zwei Fahrten heute gemacht. Und Metz ist wieder nicht gelungen, aber ist egal. Dann machen wir hier die Beendung. Ja. Und dann mache ich den raus hier. Und dann machen wir Tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal.